herzlich willkommen zu einer folge auf der karte von thüringen wie ihr seht dass es hießen angekommen das ist auch stockduster das fett uns dazu bringen die nachtung zu schlafen die temperaturen sind noch nicht im grünen bereich für die aussaat unter gras sollte man nichts aussehen weil es noch zu kühl ist zu kalt also wenn wir erstmal die nachtung schlafen und geben uns unseren schönen couch es war kalt aber was soll es ist ein schlafplatz das soll also dienen das haben wir jetzt praktisch 20 uhr 10 schon schlafen wer das ist schuling früh um sechste elf stunden schlafen mal richtig müde sind ja mal schauen was die nachtwerter so bringen ja die einnahmen bgh wurde da korrigieren gut noch nächstes mal die bonentemperatur ist jetzt vier grad 15 uhr 16 uhr 11 stunde nichts jetzt haben wir ein problem glaube da hat uns schon lange schlafen lässt immer noch schlafen 41 44 45 uhrzeit früh um tag 1 oder minutenweise kann aber gar nicht also wenn es jetzt live ist ist es live schlecht ja hell wird es auch nicht glaube wir haben abschluss gehabt 93 94 94 wie bei klo uns verarschen ich breche mal spiel ab wenn es noch geht 110 aufnahme ende jetzt kommen zu einer weiteren folge auf der karte von thüringen ich habe vor und probiert zu schlafen fehler wieder aufzuzählen also wir werden das nacht über spulen also schnell vorlaufen machen von der 20 dass wir nacht die runden kriegen wir werden die aussage trotzdem vorbereiten dazu suchen wir uns mal die einhänge haben wir schon da ja einhänge haben wir schon da da haben wir einen traktor noch holen einen haben wir hier gut das heißt mal schauen ob die lenkung geht lenkung geht höh oh lenkung geht wir müssen auffüllen das trifft sich ganz gut da kommen wir nicht durch oder eher unwahrscheinlich nicht es ist normalerweise würde ich die nacht über schlafen aber da steh ich vor und schief da wollte ich nicht wieder aufhören hab mir gedacht na ja ich darf jetzt mal die nacht den vorlauf machen lassen Ja, das ist gut. Ja, und das fangen wir an. Hat das jetzt alles zu kalt? Lechermäßig. Heute noch 0 Grad. Na ja, wieder flach ruhig. Weizen wären Optionen. Die haben auf Gerste und günstig. Farbe auch. Baumwolle. Raps. Raps. Überredig. Ach so. Raps. 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 Dann mal die erste Erde raus. Der Hasern auf dem Bild. Von oben. Beizen. So wieder vor oben. Reizen. Das wären wir... Also ab dem Bild fällt jetzt mal, ab 12. Zwölf, werden wir jetzt so beginnen, beziehungsweise werden wir so vorbereiten. Lassen wir das Licht an, da ist noch ein Traktor. Schnell laufen, aber nicht, nehmen wir den Großen, heute ist es ganz schön bündig. Lassen wir das Licht an. Jetzt haben wir noch Geschwindigkeiten. Jetzt muss er viel regnen. Das war sehr viel, das war jetzt eigentlich ordentlich. Also nicht mehr beißt sich hier in der Datei. Das heißt... Irgend schwarz. Wenn wir die 8 FPS hochgehen auf 12 oder 13, jetzt ganz ruhig. Oh no. Aber... Ich spiele echt lang laut. Das ist nicht mein Plan. Aber... ... ... ... ... ... ARD Text im Auftrag von Funk Kurze Unterbringung. So, da sind wir wieder. Wir hatten leider ein wenig Probleme mit der Leistung, aber wir probieren es neu. Wir waren ja auf dem Vorsprung-Modus gewesen und vor weitem Aussaat für die Felder. Ich kann nicht genau sagen, wo er das riechen könnte, wo ist der Traktor hin? Achso, da. Wir hatten zuletzt Probleme gehabt mit dem Traktor. Ob es damit zusammenhängt, das weiß ich auch nicht. Das werden wir gleich wissen. Problem für die Person. Jetzt fällt er von rückwärts, obwohl er jetzt voll kraftiv ist. Wir nehmen den Schock aber nicht. Wir können ja mal einfach an. Ja, das geht. Ich gehe auf den Merse. Ich gehe auf den Merse. Jetzt schaue ich mal raus. Ich hoffe, dass er gleich ausgeht. Schauen wir mal, ob er da machen kann, mit einem anderen Faktor. Licht aus. Da sieht er immer alleine aus. Kann auch nicht gehen. Nehmen wir den Dolz. Oder den Kornier. Könnt ihr haben? Sie sind hier. Ja, es sieht gerade aus. Obwohl ich rechts gehen kann. Jetzt kommt noch die Mauer. Die Zaun. Ne. Also ist die Karte aber nicht ready. Neuer Versuch zum Wald zu kommen. Aber so geht es hier auch nicht weiter. Ne. Hört mal Schalke zacken. Probieren. So, Lokotive ran jetzt. Nur noch die. Von dir. Karte. Ja. 4FPS. Aufnahme. Pause. Wir machen gleich weiter. So, jetzt geht es weiter. Wir werden noch nicht gleich einschlagen in diesen Faktor. Und dann gleich den Dolz nehmen. Wird nicht laufen. Kalt. 0 Grad draußen. Lufttemperatur. Der Boden ist plus 3. Da kann man noch nicht viel machen. Wir werden mal den von dir testen. Oder den Dolz. Immer den Dolz. Da gibt es glaube ich keine Probleme. Immer Lenkung. Das ist das typische. Damit lehnen wir erstmal. Also das Feld ist nicht so geeignet. Ich kann die Materialien testen. Da müssen wir hin. Jetzt nehmen wir Holgers an. Ich riskiere mal den Lärten machen. Da hier eine Klumpe ist. Schlafen ist auch nicht so ein fehlens. Ich bin erst mal vorbereitet. Jetzt können wir ein bisschen Tempe rausnehmen. Mit Hell. Über eins. Kolb aus. Überlegen was wir auf Feld 60 einbringen. Und zwar über Alt. Alt S. Fruchtfolge für den zweiten Acker. Das heißt hier ist für Feld 12. Grobe Richtmaß. Jetzt machen wir hier. Fangen wir mit Gerste an. Baumwolle wollen wir gar nicht machen. Sonnenblumen wäre eine Option. Sojabohnen ganz schlecht. Mais auch schlecht. Kartoffeln ungünstig. Zuckerrüben auch ungünstig. Pappeln. Gras. Zuckerrohr. Nichts. Brachland. Oh Quatsch. Ja. Nehmen wir auch mal Raps. Ist dann egal. Im Jahr darauf werden wir nehmen. Weizen. Raps. Raps. Sonnenblumen. Weizen. Raps. Schon wieder Raps. Sonnenblumen. Weizen. Gerste. Baumwolle. Baumwolle. Und wieder Raps. Das passt. 108. Also wenn wir auf dem Feld. 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 Feld Nummer 38. Da werden wir entweder Soja anpflanzen oder irgendwas anderes was später kommt. Soja können wir noch anpflanzen. 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 So viel Schwierigkeiten macht, den haben wir auch nicht verkauften. Besser Unterweichung kann er ja machen, so wie hier, kurzes Ruckeln, das ist okay. Aber nicht ständig. Hoi, die Kurve ist eng genommen. Hier fehlen noch die Drescher auf dem Acker, das bietet sich an, gleich zurückzufahren. So, man sieht das Gras auch im Wachstum. Wir werden gleich RKW, das ist für die Aussage zu spät, ja zu früh, zu früh, zu spät ist gut. Wir werden uns mal kümmern, wie wir den Hafer verkauft kriegen. So, da läuft auch noch alles glatt. So, mal schauen wir mal nach den Preisen, das ist Hafer gewesen. Hafer, Getreide AG, 1113. Nicht gut, so wenig. So, was haben wir noch hier? Ja, Gras und Blum haben wir nicht. Aber wir brauchen ja Geld. Getreide AG. Okay, wir fahren nochmal zum Hof. Und laden da einen Verkaufskurs. Dazu werden wir den Rest aufladen, was noch fehlt, von 6%. So Leute, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Alle Anfang ist schwer. Wir haben festgestellt, dass da eine Traktor, was ich mag. Keine Ahnung warum. Ist aber so. Das heißt, hier werden wir verkaufen. Und da werden wir den entsprechend im späteren Verlauf was anderes anschaffen. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich hoffe wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Tschaui.